Jo, was geht ab, Leute? Wo sind wir? Was ist das? Wir sind bei der Skibidi-Dididi-Toilette. Guckt es mal, alter! Oh mein Gott, direkt hoch hier! Hoch hier, einsammeln! Oh mein Gott, wir müssen alle Sterne einsammeln. Oha! Ich weiß, wir müssen alle Sterne einsammeln. Du hast ja fast runtergehauen. Oh Gott, was ist das jetzt hier? Guck mal, da unten sitzt eine Capibara-Toilette. Vorsicht, Vorsicht! Arterne, ich weiß! Capybara einfach und sogenannte Doge und da ist doch Cameraman auch noch auf der rechten Seite. Das ist ein Capybara. Bro, diese Meerschweinchen. Kennst du das nicht? Ah, die sind Tiere, die sind richtig cool. Ja, die sind süß, die sind süß. Ja, die sind extrem cool. Also wer als erstes down geht, der ist schlecht, ne? Ja, ich wollte es auch nur sagen, wer als erstes down geht, der ist richtig schlecht. Der ist übertrieben schlecht dann. So, jetzt mal gucken wir uns das mal an bei euch. Ich hab genau gesehen, dass ihr beide draufgegangen seid, Digger. Ihr seid so schlecht. Ey, ich auch. Solche Pranker. Kommt ja auch mal auf. Was wissen wir von euch, Alter? Ich hätte gerade von Mädchen geschubst. Oh, be unking. Ich auch. Ich auch. Alter. Oh. Alter, wie schau es das schlecht sein. Ich hab's auch. Leon braucht wieder träumen. So, okay. Oh, okay. Jetzt sind wir in Skibbidi. Alter, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt, ne, noch nicht in der Toilette. Wir sind noch nicht in Skibbidi. Hä doch, das war doch gerade der Mund oder nicht? Wir sind gerade in Skibbidi. Wir sind gerade in Skibbidi. Ja, wir haben es gerade auch gepuppert. Oha. Skibbidi, Dibbidi, Dibbidi. Hä, hier runter? Hä, was ist das denn? Oh, da steht schon Ziel dahinten. Schlalom. Ganz viele Schlaloms. Und überholt, Kaspar. Was ist hinter mir bei mir? Nein, ich hole dich ein hier, Kollege. Du musst in Fall gar keine Chance haben. Ah, schlecht gesprungen. Wo ist denn Leon? Oh nein, Glass Bridge. Absolut. Alter. Oh mein Gott. Alter, das ist schon richtig schwer. Alter. Links, rechts, links. Rechts. Ey. Ey Bro, ich upfe mich. Links, rechts, links, rechts. Oh mein Gott. Ja, ihr macht das. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Ja, ja, ja. Weiter so, weiter so. Sehr gut. Okay, sag mal. Ja, ja, ja. Geheimtrick, Digga, wie man die übers springen kann. Geheimtrick, ich bin auch grad dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich da auch grad über die Mitte? Normal, machen wir alle, Digga. Ja, ja, ja. Ich mach's grad fair. Mach's auch fair, ich spring immer. Ja, ich mach links, rechts immer. Wahrscheinlich, Digga, du bist genau vor mir. Ich seh dich doch, wie du da... Ich seh dich doch, Mirkan. Ich seh dich doch ganz billig. Du Lügner. Ja, finish. Du bist ein richtiger Lügner hier. Ich hab's auch noch geschafft. Wir sind auch gleich. Ne, wir sind ja durch. Hä? Ich kann mich hier einen coolen Hut aussuchen. Ja, hau bloß ab. Also, ich will... Ich nehm den Hut. Ja, ich nehm den Hut. Schade. Was für einen coolen Hut? Ja, ich nehm den. Ich will den gelben. Warte. Okay, warte. Ich nehm... Ich nehm Flügel. Guck mal. Nein, ich will... Nein, den will ich nicht. Ich will... Alter. Den Gott. Den Gott. Hä, wie cool. Cool ich aussehe, alter. Ich will leuchtende Flügel. Ey, Jungs. Ich mach Zaubertricks. Passt auf. Hex, Hex. Okay, Jungs. Hä, wo ist Kasperl? Das ist unsichtbar. Kasperl ist einfach weg. Tschüss. Tschüss, Leon. Tschüss, Herr Digga. Wo gehst du hin? Ja, keine Ahnung, was er da macht, aber... Ja, Jungs. Oh mein Gott. Du hast recht. Du hast recht. Wie? Wie schlauer, mit so einem Weg nach oben zu gehen. Das ist aber doof. Das ist voll doof, das Ding. Warte mal, konnte ich hier so Speed mitnehmen? Safe, oder? Was ist der hier? Oh, Speed. Konnte er nicht. So, zack. Jawollo. Und jetzt nach oben. Guck mal hier. Er konnte kein Speed mitnehmen. Natürlich. Der Ball wird nach oben gedingenst. Ey, ich glaub's ja nicht. Komm schon, ich bin... Das für ein Ball? Ich bin direkt hinter dir. Nur kann. Ich bin direkt hinter dir. Oh mein Gott, das war ganz langsam. Hey, Jungs, hast du ne... Ja, ich hab Speed. Ich hab Speed. Und jetzt nicht mitgenommen. Ich überhole euch noch. Pass auf. Nee, 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 nee. Niemals. Oh mein Gott, da vorne sehe ich euch. Der kommt da hin, echt. Nee, 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 nee. Der kommt da hin, echt. Nee, 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 nee. Oh mein Gott, da vorne sehe ich euch. Was ist das denn? Lücke, Lücke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ich bin wieder bei Glassbridge. Nee, nee, nee. Ich bin wieder bei Glassbridge. Nein. Ich bin wieder bei Glassbridge. Ich bin wieder Glassbridge anfangen. Ey, Bro. Was ist das denn? Ja, sag mal, wie geht's dir? Ey, wir sind gleich oben. Dann guck mal nach hinten. Ey. Guck mal nach unten. Bro, Speed will OP. Alter, ist ja alles weiß geworden. Alter, hast du gesagt, oh, Alter. Was ist da oben? Kannst du, wirst du das sehen? Was ist da oben? Sag jetzt. Was ist da? Ey, Alter. Wieso hast du möglich in Roblox? Wieso, was ist da? Nee, ist eigentlich nicht möglich. Was sollte denn sein? Beschreib mal, beschreib mal. Einfach ein echte Lamborghini. Einfach ein real life Lamborghini. Hä? So eine hohe Textur. Wie geht das, Alter? Was? Was soll denn das sein? Sag mal. Warte, 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 warte. Ich bin mitstieg. Stieg ein, stieg ein, stieg ein. Nee, let's go. Nee, nee. Ich guck mir das jetzt an. Wehe, da ist nichts. Alter, so ein krasser Lambo. Ich komm hoch grad gelaufen. So ein krasser Lambo. Ihr seid ja noch nicht mal oben. Natürlich. Ihr seid doch jetzt jetzt oben. Nein. Hä? Natürlich. Nein. Echt nicht? Okay, da waren grad noch welche vor mir auf der Treppe. Wie? Hier ist gar nix. Hier ist gar nix. Wie, da ist gar nix. Komm doch jetzt grad. Wehe, da ist jetzt nichts. Das ist gar nix. Boah, wahrscheinlich ist das nix. Ihr prankt, da ist locker Lampen, krasser Lambo. Ja, ist er auch. Ja. Nee, nee, nee. Wieso kommst du mit Speed hoch? Ja. Krass. Alter. Kommt schon wieder runter, oder was? Läuft die schon wieder runter? Alter. Okay. Ich hab die ganze Zeit in Belling gesetzt, Möckern. Nach oben, nach oben, nach oben. Ne, beide seh ich leider nicht. Äh, äh. Auch nicht. Ja, viel Spaß, Gaspar. Dann hol dir dein Geschenk. Wieso, was soll das? Hä, ist doch voll die krasse Rutsche da oben. Habt ihr die nicht gesehen, die blaue? Ey, der ist echt schneller, ne? Ist echt voll schnell. Aber, ja, da ist halt nix oben. Wieso, was ist hier? Ist gar nix, oder was? Nee. Nee. Hä, was ist das denn? Okay, pass auf, pass auf, ich spring über euch rüber. Pass auf, mit Anlauf. Ah, oh mein Gott, das wird was. Alter. Alter. Hä? Alter. Oh, ist doch so schnell. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich auch. Okay, ich spring runter und jetzt machen wir Glass Bridge. Jetzt machen wir Glass Bridge. Wie, aber richtig Glass Bridge? Jetzt machen wir die richtige Glass Bridge, okay? Und los. Jungs, easy. Aua. Links, rechts, weiß ich schon mal. Warte. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mann, nein, Jungs, sollt ihr das jetzt echt machen? Links, rechts. Wenn du auch prankst. Hör auf. Links, rechts. Wir machen ab hier, wir machen ab hier. Okay, ab da, ab da, ab da. Okay. Okay. Hörgarn, komm ran hier. Hörgarn, komm ran. Hörgarn, komm ran. Hörgarn, der hat mich runtergeschubst. Oh mein Gott. Nein! Hä? Die hat sich geändert. Die Glass Bridge. Oh, Kasper, Alter. Wir müssen entkommen. Wir müssen entkommen. Wir müssen vor Bacon entkommen heute. Was geht ab, mein Lieber? Guck mal bitte schön, diesen Ort da vorne läuft Bacon, siehst du ihn? Hä? Ich seh ihn ganz verschwommen durch die Gläser. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Also wir müssen hier entkommen wieder. Okay, also, guck mal da unten. Das ist Bacon-Zombie oder sowas. Ja, das ist ein Frankenstein, Frankenstein. Oh Gott, okay, okay. Also das ist ja super gruselig. Lass mal ein bisschen gucken. Oh Gott, hier können wir auch noch weiter hier lang gehen. Lass mal, komm mit hier. Komm mit hier, lass mal hier lang laufen. Hier lang? Ja, wir müssen auf jeden Fall ein paar Schlüssel und sowas wieder finden. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich versteh schon, worauf du hinaus willst. Dann hier lang vielleicht? Ah, guck mal, hier geht's runter. Dann können wir hier... Ah, jetzt bin ich... Oh, hier ist das Brett. Ich hab das Brett-Brock so. Oh, wir brauchen hier eine rote Schüssel. Ja, das ist aber Sackgasse, ne? Oh Gott, nicht das Bacon jetzt kommt. Nicht das Bacon jetzt kommt, sag mal. Ich dachte gerade, das war Bacon. Alter, ich dachte es auch. Oh mein Gott. Also, wo du musst das Brett hin? Ich hab das jetzt auf jeden Fall auf... Hier, 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 hier. Ja, okay, komm, wir gehen rüber. Boah. Was ist los? Was ist los? Was? Hat er dich gegriffen? Nein, nein. Ich bin ausgewichen. Wie lege ich mich hin? Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab einen Plasma-Cutter. Ich hab so einen Schweißbrenner, weißt du? Wo soll der denn hin? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Irgendwas ist... Oh mein Gott, der war genau hinter mir. Das war gerade eine Nahtoderfahrung. Hier ist noch eine rote Tür. Das ist die von dir, Bro? Okay, das heißt... Warte mal, hier ist ein Spind, hier ist ein Spind. Hier, dafür brauchen wir den Schweißbrenner, komm runter. Ja? Hier, roter Schlüssel, ich hab ihn. Welchen? Ja, ein, ich mach auf. Ja, ist auf, ich mach direkt die nächste Tür auch noch auf. Ist auf. Oha, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt sind wir hier schon mal im Raum. Okay, was soll das hier sein? Oh mein Gott, das war alles rote frei. Ja, richtig, richtig gut. Aber oben war noch rote Raum, oder? Rote Türen. Lass mal runtergehen, vielleicht liegt hier unten irgendwas bei Frankenstein. Denkst du, wir können hier so einen Knopf drücken? Ja, ach, den brauchen wir, wir brauchen den Knopf. Wir brauchen vor allem hier noch eine Checkkarte. Checkkarte, Hebel und Knopf. Und hier ist ein Code. Warte mal, ich hab den Hebel, ich hab den Hebel. Sehr gut, dann ist irgendwo noch die Checkkarte und so. Aber wo? So. Bacon kommt! Hier in Deckung, Bacon kommt. Okay, ja, ich sehn, ich sehn, ich sehn. Okay. Okay, ich guck grad, ob hier beim Zombie vielleicht irgendwas liegt oder sowas. Hier ist so ein Surfer. Hier, sie haben die Checkkarte, Broxo. Hast du? Ja, warte mal, ich muss kurz Bacon austricksen. Ja, er kommt. Hier steht auch was mit Code 5 und sowas. Ah! Ich komm, ich komm, ich komm. Okay. Ich hab die Checkkarte, Broxo. Wenn du einen orangenen Schlüssel siehst, sag mir Bescheid. Ja, okay, okay. Wir brauchen eine Schaufel. Die ist unten bei Frankenstein, da muss man zur Schaufel gehen. Eine Schaufel? Ja, da ist was vergraben. Und ich sag dir jetzt schon, dass da unter dieser rote Knopf vergraben sein wird. Hm. Das sag ich dir jetzt schon. Ja. Ah, hier ist verschlossen, die rote Tür. Wo hatte ich denn jetzt den roten Schlüssel? Der war, glaub ich, hier drin, ne? Im Raum. Ne, das war noch eine orange Tür, oder nicht? Ne, ich hab jetzt einen roten Schlüssel, dann mach ich jetzt mal hier das auf, oder? Geht das? Ah! Ja, geht auch auf, sehr gut. Wo geht's hier hin? Wir können hier hochlaufen wieder. Warte mal, hier liegt noch was. Das hast du übersehen. Was ist da? Das ist nur die Checkkarte, glaub ich, oder? Ja, ID-Card. Ja, das hab ich schon. Das hab ich schon besucht. Aber wir können mal hier vorne hin. Da kann man noch weitergehen. Lass mal gucken, wo es hier noch hingeht. Oder kennen wir das schon? Ne, hier brauchen wir orange Schlüssel. Ah. Schlüssel brauchen wir jetzt hier. Ja, ist ja kein Problem. Also wir brauchen auf jeden Fall noch, wir haben eigentlich schon ziemlich viel freigeschalten. Warte mal, hier liegt was? Hier liegt was? Was ist das denn? Ne, ne, das ist nur der Hebel. Der Hebel. Wir müssen jetzt erstmal hochgehen. Wir müssen hier nach oben. Ja, ja, irgendwo geht's oben noch weiter. Ich weiß aber nicht genau, wo. Also entweder haben die irgendwo die Schlüssel, oder die brauchen auch noch einen Lidernen. Oder in dem Lidernen spinnt ist der orange drin. Ah, da ist hier schon gelber. Oh, sehr grüner. Sehr gut. Was ist das denn? Hä? Okay, aber damit kann ich gar nichts machen mit dem Hut. Okay, welchen soll ich mitnehmen, Brox? Was meinst du? Warte mal, hast du die blaue Tür schon aufgemacht? Äh, ne. Welche blaue Tür? Ja komm, nimm du den grünschlüssel oder so mit. Okay, okay. Nimm mal den grün hier, so. Oben war nämlich eine blaue Tür irgendwo. Ja, hier. Wo war das? Wo bist du da gelaufen? In welche Richtung? Hier? Ganz mal oben. Ja, oben aufgemacht. Und hier ist der orange Schlüssel, den man braucht. Oh, wichtig. Oh, ich komm, ich komm, ich komm. Ich weiß nicht genau, wo du bist, Brox. Hier, warte. Ich bin beim Lidernen spinnt jetzt. Kannst du hierher kommen? Nein, nein, lauf in die Mitte. Mitte? Okay. Also oben noch oder unten? Oben. Hier ist noch der Lidernen Schlüssel, den man braucht. Ich seh dich aber nicht. Wo sollst du sein? Nein. Ich bin in der Mitte. Hier bist du. Hier, okay, okay. Und hier auf dem grün liegt der Lidernen Schlüssel. Ah, da. Okay, komm mit, komm mit. Ich weiß, wo der hin muss. Hier, komm mit, stell. Ja, hier, hier, hier. Der hinten muss der in so einen Raum rein. Nein, was ist der? Der unten ist doch der. Boah, Becken! Oh Gott. Er hat einen, Becken hat einen, Becken hat einen. Ich mach hier den Schwind auf. Hier ist der Lidernen Schlüssel. Ich hab aufgemacht. Ja, ist auf und der rote Knopf. Der rote Knopf. Der rote Knopf, ich hab ihn. Wir treffen uns unten, Brox. Komm, wir gehen runter. Wir gehen runter. Ab nach unten, Kasper. Ab nach unten. Okay, aber wo am schnellsten? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hier, hier. Oder kommen wir hier runter springen? Nein, nein, nein. Wir springen runter. Okay, okay. Hier noch rüber vielleicht? Da ist Becken. Ja. Okay, jetzt hier. Ja, jetzt hier runter. Wo denn? Wo kommen wir runter? Ja, wir müssen hier langlaufen. Wir müssen hier auch langlaufen. Okay, okay, okay. So. So. Ich hab Angst Becken jetzt gleich irgendwie entgegenzulaufen oder so. Da müssen wir runter. Ja, hier, okay. Ich glaub wir müssen jetzt Frankenstein mit dem Knopf hochpowern. Das kann sein, ne? Ja, das glaub ich auch. Aber ich kann einfach die alte Tür aufmachen. Okay, ich hab den Knopf, bist du ready? Ja. Ja. Ich geb ihm volle Energie. Und. Boom. Ja. Was passiert? Was passiert? Pass auf, guck hier. Hebel umlegen. Ja, hier ist der. Ja, der weiß. Komm später. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Was müssen wir noch machen jetzt? Komm mit mir mit. Komm mit mir mit. Ja. Ich muss das hier noch irgendwo eine orange Tür aufmachen. Ich glaub wir hinten. Okay. Oh, ist das wichtig? Sehr gut. Da ist die Endtür drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier, ein Messer. Mach mal auf hier, Broxo. Mach mal auf. Da oben das Messer irgendwie. Wir brauchen noch einen gelben Schlüssel. Einen gelben, den hab ich gesehen tausendmal. Oh, der ist oben, glaub ich. Und ich hab eine Schraufel hier. Oh, der ist für den Stapel. Komm, dann machen wir das zuerst. Komm mit. Unten ist so ein Sandhaufen, weißt du? Ja, ja. Okay, okay, okay. Und da müssen wir dann hin. Aber wo war nochmal der gelbe Schlüssel? Der ist ganz oben irgendwo. Da müssen wir gleich nochmal gucken zusammen. Hier, der ist oben. Irgendwo war der oben. Mach mal frei hier. Oh, ich hab den Schlüssel. Ja. Und? Warte mal, der passt nicht. Wie, der passt nicht? Der passt nicht. Nee, der passt nicht. Doch! Ist auf! Wir könnten dann kommen. Ja. Aber wollen wir noch gucken? Lass uns gucken, was wir mit dem gelben machen können. Ja, okay. Lass nach oben gehen. Ach so ein Balken ist da. Ja. Schnell, wie du kannst. Oh Gott. Lauf. Haha. Oh Gott, war das klapp. Okay, okay. Schnell. Bacon. Du bist echt ein Bacon zum Braten. So. Wo können wir lang hier? Wo können wir lang hier? Also wirklich. So, du meinst ja jetzt hier oben mal oben. Der gelbe, ne? Ja, auf jeden. Habe ich irgendwo gesehen. Der lag noch. Warte mal, hier ist der blaue. Ist das hier der gelbe? Nee, das ist der grüne. Okay, den können wir nicht mehr gebrauchen. Oh, da ist Bacon. Andere Richtung, andere Richtung. Wir müssen einen von dem Raum, hier war der. Lag der irgendwo. Ich glaube auch. Da war hier irgendwo. Ja. Ich glaube irgendwo hier vorne. Im Eisraum vielleicht? Nee. Ich will dich noch mal interessieren, was da drin ist, ne? Aber vielleicht. Da muss irgendwas Heftiges drin sein. Ja, hier nehmen wir uns vielleicht. Ja, hier nehmen wir uns vielleicht. Ja, okay, cool. Bacon kommt, komm raus, komm raus, komm raus. Nein, nein, nein. Ich war Bacon weg, ich war Bacon weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab dich gesaved. Ich hab dich gesaved. Okay, komm, wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Bist du unten? Ja, okay, komm. Wo müssen wir lang? Ähm, wir müssen jetzt irgendwo aus hier rumlaufen oder so. Hier runter irgendwo. Hallo? Der kommt, ne? Der ist hinter uns. Der will uns, der will uns. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, okay. Wir müssen aber irgendwo alles lang laufen. Wir müssen irgendwie runterkommen, Box. Irgendwo gibt es hier den Weg nach oben. Hier, bist du sicher? Laufen wir jetzt nicht im Kreis? Pass auf, komm mit, komm mit, komm mit. Pass auf. Ja, ja, okay, okay. Und dann hier rechts. Ja. Dann hier links. Jetzt hier links wieder, oder was? Und jetzt hier runter. Ah, sehr gut, sehr gut gemerkt. Okay, wo soll jetzt, sehr gut, ja. Wo soll jetzt der gelbe Schlüssel sein? Hier vorne, hier vorne. Ich hatte jetzt meine Hand. Sehr gut, sehr gut. Ich schreibe mich, was da drin ist, ne? Ich bin auch gespannt, was da drin sein soll. Also irgendwas krasses muss ja da drin sein. Oh, der Taser. Ach, der Taser. Okay, auch nicht schlecht, aber warte mal. Ich gucke nochmal, ob ich hier das Messer mitnehmen kann. Ne, das geht nicht. Ja, das Messer wäre schon cool, wenn man da nicht kommen kann, ne? Das wäre schon cool, wenn man das freischalten könnte, oder so. Ja, das stimmt. Oh, Bane, komm, kannst du den Taser an, bitte? Ja! Okay, sehr gut, Alter. Da haben wir den original absolut weggetastet. Okay, dann würde ich sagen, Broxo, wollen wir mal Richtung Ausgang gehen? Ja, was ist hier noch? Ist hier noch? Lass hier nochmal kurz gucken. Hier, der Hebel nur. Ja, so richtig. Okay, dann können wir, ja. Warte, lass mal ganz kurz gucken. Also wir können da auf jeden Fall Richtung Ausgang gehen. Ja, lass mal gucken, was Frankenstein da unten noch macht. Ob der noch irgendwas kann, oder so. Ob der ihn noch retten könnte, oder sowas. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Ich hätte ihn auch tatern müssen. Oh, nein, stimmt. So wie so ein Defibrillator, oder wie das Ding heißt, ne? Stimmt. Oh, das hätte auch, das hättest du bestimmt machen müssen. Aber wozu bringen, was ist dieser Code? Oh, pass auf Bacon. Kann doch sein, dass das ein Geheimcode ist für irgendwas. Vielleicht muss man versuchen den. Oh Gott, er will abschnüren. Wir müssen raus, Broxo. Okay, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wir hauen ab, wir hauen ab. Und entkommen! Wir haben's geschafft! Alter! Guck mal, das Becken oben, wie der da rumhüpft und so. Ja, Alter, der hat original gar keine Chance. Wir sind einfach mal komplett entkommen. Wie clean war das bitte, Broxo? Ist so, Alter. Alter, sehr gut! Haben wir sehr gut gemacht, Caspar. Mhm, finde ich auch. Freunde, wir konnten einfach entkommen aus dem bösen Labor. Ich sag euch, es war richtig, richtig gruselig. Wenn es euch gefallen hat beim Zuschauen, gerne auf den Like und auf den Abo. Wenn ihr mehr Roblox-Folgen sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Tut mir jetzt auch gerne alles von den anderen beiden Videos aus. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao! Ciao!